Dieses zu erwerbende Vierzimmer-Einfamilienhaus liegt in Heiligenhaus. 1964 wurde dieses Haus erbaut. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 812 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 145 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 429.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. 500 Quadratmetern Untertitelung des ZDF, 2020